Das schrecklich. Nein, das ist eine neue Anfolge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem Showdown. Mit dabei sind natürlich noch Moon & Loops, hallo. Das schreckliche Trio ist wieder dabei. Das schreckliche. Na gut, ich hab auch FPS von 64, aber das geht und ein Ping von 27. Irgendwie ist das heute... Oh, guck, ich hab grad einen Ping von 14, das geht. Ich hab 11. Von 10 jetzt. Aber die FPS geht über 60 nicht rüber. Nee, das liegt aber auch an dem Service, den du nutzt. Oh, das ist gut. Du kannst ihn jetzt ja wieder aufsammeln, ne? Ich kann aber eigentlich mal über 100. Ich trainiere meine Morph-Wässer-Skills. In Cyprus gehen 100. Gerade nach rechts. Oh, ich bin dann so satt. Wacken. Hast du ein Glück? Ich hab noch was von der Pizza übrig. Okay, die esse ich gleich, warte. Ja. Kann sie dir per Post schicken. Geil. Okay, warte. Du bist gleich. Rann schon. Ich bin schon für dümere Sachen weniger gefahren. Du hast die Pizza. Hallo, was ist denn? Ah! Ich krieg mir mal im Fenster. Hält schon wieder Radau hier. Hallo. Was ist denn los? Hört ja auf. Ruhe. Du hast die Pizza übrig. Du hast die Pizza übrig. Wenn du die anschreitst, dann haben wir die andere. Du kommst hier nicht mal aus dem Fenster. Brauchen die auch keine Angst mehr haben. Wollen wir zum Schlachthaus? Klar. Gut. Ich hasse aber das Schlachthaus. Vielleicht hast du das Schlachthaus uns ja auch. Meinst du gegen das Brot auf Gegenseitigkeit? Ja. Mein Gott. Mein Headshot hier mit dem Zombie hin. Ja, wenn du 23 rauskommst. Ja, wenn du 23 rauskommst. Äh, Teilnehmer. Heute schon. Wenn jedes Team in der Runde 10 Punkte macht. Das waren nur 30.000. Graben bei uns. Punkte alle halbe Stunde. So, komm, ein bisschen was beisammen. Oh. Bin mal gespannt. Momentan haben wir schon zwei. Ja, eine Giftspritzung. Hat das auch keine bei? Kann das von vorne oder von hinten? Ach ja, stimmt. Von hinten glaube ich. Ja, klar. Oh, hier ist eine ganze Produktionsform hier. Ich hol das nicht irgendwas. Ja, ist mir egal. Alter. Ah, ah, ah. Klappe. Klappe zu. Klappe zu. Ruhig gewohnt. Ja, ich hab Schicken Nuggets für dich, ja. Hm. Dann geh ich weiter. Warum keinen Bock auf Schicken Nuggets? Dann gehen wir wieder zurück. Klappe zu. Komm mal. Bei. Wen hab ich jetzt verdankt? Ja. Ja. Gar keinem. Einfach meine, meine Winde in den reingelaufen ist. Bin ich gar nicht. Bin ich in den reingelaufen. Okay, dann können wir ja weiter. Dann haben wir ja alles gemacht. Und wir waren laut wie Hulle und dann kommen wir ja weiter. Du warst laut wie Hulle. Kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem. Du warst laut wie Hulle. Anyways. Sorry. Kann man Raben? Die sind laut. Ja. Mein Gott. Einmal laut, ne? Ey, das nächste Mal würde ich ja auch das so richtig unter dem, äh, ich wollte kein Arsch halten sagen. Was? Das ist irgendwie komisch. Ich halte es zu. Ja. Dass du auch laut warst. Ja. So ein Raben. Laut. Ding. Ich hab nur geguckt. Ich hab nur geguckt. Ich hab nur geguckt. Ich hab nur geguckt. Weißt du was? Ey. Nächstes Mal. Pass auf, du hättest du, 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 du treffen können. Da unten sind Enten. Was ist das nur? Ey, das nächste Mal, ne? Was denn? Du bist doof. Ich hab nur gesagt, du bist ein Raben. Nein, du bist doof. Okay. Na gut. Punkt eins. Ich bin doof, weil das ist mein Hauptberuf. Ich lasse keine Konkurrenz zu. Wir können gerne alles andere sein. Okay. Da muss ich nur was neues einfallen lassen. Bei uns kommt ein Morty an. Ja, das ist trotzdem doof. Ach, hier sind einfach drei Mortys. Psch. Du kommst auch noch hin. Hallo. Wieso? 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 Ich habe 있으 Naomi geбу vit. Oh ich habe ja. Slug Moni. Und dann hat dere. Meine Nase nicht. Meine Nase juuu. Especiallyoinette. Januargeist. Oh! Oh! Wir werden hier relativ schnell Bekanntschaft von hinten kriegen. Die sind eigentlichlich auch schonmal rein. F глаза rückschleiti mim ¡ikhl! Das finde aber wew! Ich hab überlebt. Sehr gut. Jetzt kommt die alle drei da unten drin sind. Hand xp noch sehen den Ball. Ja. Wir sind in einem vorderen Bereich. Ich schätze mal in der Nähe der Kurbeltür. Ich hab ihn. Aber ich hab den einen erschossen. Hab ich auch. Oh Gott nein. Schlackmonie. Ja. Zieht. Ich hab den einen erschossenen Fenster. Sehr gut. Irgendwo ist noch jemand? Endlich hab ich auch mal. Schade. Es ist wohl Saturday time. Schade. Müsste nur noch unten drin sein. Aber Moment. Dicht'n Bounty draußen rum. Dr. Bounty. 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 Dicht'n Bounty. Ich hab grad echt Glück gehabt. Gutes hier oben. Hier oben gibt's noch mal... Kannst noch mal looten Loots? Ja, ich komme. Ne vier Leute. Wo sind die denn überall jetzt? Im Hause und im Wasser wohl. Wie Lutz gesagt hat. Hier im Wasser? Ne, da ne? Wo in, wo in blood Wasser Loots? ich konnte nicht an dir vorbei das war alles er hat seine sicht verbraucht ich hab den ordentlich getroffen der müsste hier oben im winter sein der hat eine nitro sehr schön heilung ist schön sorry ich putze sie gleich ok dann heilen wir uns anders könnt ihr mal bitte gucken und sagen wo wir hier sind ja warte wir werden den ausgang campen ich gucke mal wir haben einen so aufgepasst auf 90 so auf 135 und dann auf 210 90 135 und 210 irgendwas kapitaler die hatten unten eine falle an brandfass bei 210 sehe ich einfach niemanden hatten wir bei 90 noch einen 210 die sind näher die sind dran die sind hier unten am haus und drinnen hallo ohne irgendwo hier ich hab noch eine sekunde aber hier unten war noch einer ist gut ich hab noch fünf ja einer direkt hier auf 221 da hab ihn das geht kostet 150 dollar dies lack aber geht das geht oh gott geht er weg geht er weg geht er weg was warum was weil ich da gerade was hinsch war ich wollte gucken ich hab doch gesagt ich wollte gucken wie ich das hasse ich hab doch gesagt da ist jemand im haus ja ich ja ich die sind alle Richtung 90 und 135 ok warum warum ja warum da ich hab ihn getroffen äh wo ist der außerhalb ja 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 sehr gut haben wir so dann gehen wir nach den letzten und lass mal pushen wo ist der letzte denn jetzt ja mal gucken die richtung oben im haus wo oben im haus da genau da weißes weißes ding fenster hat einfach nur ne windfield ich bin doch doof ui kannst du mich aufheben hier läuft gerade er ist direkt in dem fenster gewesen da links da links ich bin so doof ich hab den nicht gesehen ich hab auch ja ich bin auch einfach rein oh der will fahr rüber ich weiß nicht ob das dir helfen würde aber ein von uns beten auf zu heben eventuell wenn du es traust ne diesmal traue ich mich das nicht und wenn ich mich das nicht traue dann mache ich das auch nicht ich glaube der ist wieder am haus drin ne der holt seinen kollegen gleich vorne mh ach man ja ich werde aber sterben ach ach was denn der komm ja komisch der komm da oben ane ziel doch ja ich wusste dass ich sterbe wenn ich euch hole alles gut alles gut weil wenn ich wenn ich wenn ich sonst hab ich immer das vertrauen in mir dass ich euch holen kann und wenn ich einmal euch nicht hole dann hat mein bauchgefühl wenn das sagt dann weiß ich schon warum das ist gut er hat fünf stück mhm warte mal stimmt warte äh progress last match oah ich hab zwei assists sehr gut aber kein kill manno mir hat jemand meinen kill geklagt am anfang hatte er am anfang ein kill? weißt gar nicht wer am anfang los war ja als wir da im haus waren wo ich gesagt hab ich das fenster stimmt genau ja na gut war jetzt am ende ja weil es ein bisschen doof dass ich einfach reingerannt bin aber machste halt nix das ist ein schöner lebensbalkenschau und richtig schön ist es auch sobald es weiter geht mit hand ah wirst du warte ich jetzt hin ich hänge hinten noch was dran deswegen falls es gefallen haben soll dann lass gerne ein like da bleibt noch dran und bis zum nächsten mal zu einem showdown tschüss 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 hat hier ich bin ich bin fahrlässig aber nicht so beknackt okay ich bin wahnsinnig ja diesmal sollten wir vielleicht nicht so laut sein dass wir nicht gleich wieder auf die türe stehen ja gehst du bestimmt irgendwo ja das heilung das heilung ja Warum sind sie so? Warum ich so bin? Weil ich immer so früh bin. Diese Truppe hier ist auch so nachdem wir dort bis mal in den Schuss gelaufen. Pech gehabt. Schade. Im Krieg sagt man ja auch nicht so. Oh, das tut mir aber leid. Es fällt unter Friendly Fire. Ja. Wir sind hier, wir sind hier The Bad Company. Apo Bad Company, EA. L3, let's go. EA is not gamed? Hm. Was waren die? Worst Company 2018? Wenn die wieder ein gutes Battlefield machen, dann geht's. Battlefield hat aufgehört gut zu sein seit, äh, seit Ewigkeiten. Geht. Das war der letzte Battlefield nicht mehr gut. Da mochte ich aber auch nicht, weil man die Leute nicht mehr an, nicht mehr pingen konnte vernünftig. Und deswegen war das, war das ein schlechtes Spiel. Ja. Wenn man Leute nicht mehr pingen konnte. Richtig. War ein Bestandteil von, von, von Battlefield. Das sind die kleinen Dinge, die die Dinge ruinieren. Weil Battlefield war immer so, erst pingen, dann schießen. Oh, das Geld. 15 Dollar. Ich bin reich. Was, wie viel? I'm a rich chick here. Graben. Was meinst du, soll ich die Sache interessant machen und Morden voraus anschießen? Pferd. Nein. Das alleine machen. Ernsthaft. Da wird jemand vom Brugeln. Nein, mein Balken. Ja. Was denn? Was denn passiert? Hast du, hast du auf den geschossen? Ja, aber ich hab meinen Balken gerade noch so gerettet. Nur noch einen, einen, äh, einen, ähm, einen Millimeter sozusagen. Und dann wäre, Hilfe. Was denn? Ah, das heißt, ich hab keine... Was machst du denn da hinten? Wo bist du denn da hinten? Ah, nein, aua, ich bin echt tot. Ja, kannst du mit so uns rennen? Oh Gott, du hast aber auch alle gepullt. Ah, ich kann nicht. Wo hast du... Wo hast du... Wie machst du das? Nein, 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 nein. Ach, Mann, wo hast du, Jamie? Hä? Wie geht das? Wo warst du? Ich hab keine Muni mehr gehabt und dann hab ich irgendwie gefahren. Und deswegen bist du einfach zu den Hunden gerannt. Weil du sagst, das ist Hilfe, die Muni. Du hast einfach weggelaufen von mir. Nein, wir sind da runtergelaufen. Ich hab den Stich gelassen. Du, schau, das war man da hinten im Ball. Ich weiß nicht, wie der hinkommt. Das weiß ich also. Wenn man einen Morty anschießt. Hätte er mich einfach ins Stich gelassen. Wer hat denn Morty angeschossen? Im Stich haben wir dich gelassen, haben wir dich nicht. Du hast mir schon was woanders lang zu laufen. Dann denke ich, dann lach ich auch das nächste Mal so. Ja, ist mir egal. Und dann renne ich weg. Übrigens haben wir hier... ...schuldigung nicht. Desnächstes fahre ich auch einfach dann weg. Wenn ihr irgendwas macht. Du sagst Tschüss. Was, Morty anschießen? Wenn ihr andere Sachen, dumme Sachen macht. So wie immer. Achso. Mann, no. Ist denn auch Heilung? Na, ich auch. Versteh ich nicht. Wie kann das denn passieren? Dann lässt du mich mal raus? Nein. Dann kannst du halt auch nie rein. Äh, Sweeple sind 100. Abgegangen. Zwiebeln sind Hunde? Und Zwiebeln sind Hunde. Richtig? Ich hab was gesagt. Nee, Zwiebelhunde. Du kennst diese bewohnten Zwiebelhunde nicht. Dann war ich aber nicht, da da 17 Dollar liegen. Zwiebeln sind Hunde. Zwiebeln sind Hunde. Zwiebeln sind Hunde. Sag mal, wer schießt denn da? Ich tut mir leid. Oh Mann. Hier liegt noch ein Mero rum. Wenn ich irgendwie komplett komplett klem klem gerade? Ich spare mir ne Antwort. Und jetzt hier rüber? Kann ich mehr zielen. Verheilung. Vorne sind noch Hunde. Willste die? Bist du gleich so in die linken beiden Arschbacken? Was denn? Und ja, in die beiden linken Arschbacken. In beide linken Arschbacken. Die eigene Arschbacken gleich versetzt ist. Aber ich find aber auch keine Heilung. Die haben sich wieder rausgepitcht. Ah, hier ist Heilung. Die haben sich mal rausgepitcht. Gleich mal wegnehmen, ja. Und das Geld haben sie auch nicht rausgepitcht. Wo sind die Heilungen? Auf dem Ping. Also nicht, also fast auf dem Ping. Da liegt. Ja, da. Wo ist das Manni? Auf dem ersten Ping. Und das eskalatet quickly. Das ist halt echt so. Was ist denn da? Ich glaub, ich glaub das ist ein Ping. Ja, das ist Heilung. Das ist ein Heilung. Hier wäre ein Hinweis gewesen. Guck mal. Na klar. Das war schön, wenn man. Danke. Oh Gott, Alter. Wir stellen uns an, als würden wir das alles zum ersten Mal spielen. Irgendwie hab ich ja das Gefühl, ich hab irgendwie kein Aim. Also, heute, also ich hab sonst gerne Rea nicht so viel Aim. Aber es ist irgendwas ganz cool. Irgendwie ist das nicht so, dass ich nicht mit meiner Maus heute eins füge. Nein, nicht für den Morty. Für mich heute nicht mit meiner Maus eins. Nein. Mit deiner Maus, was? Mit meiner Maus eins. War das mit deiner Maus zwei? Nein, ich fühl mich halt nicht mit meiner Maus verbunden. Ach so. Da wärst du okay. Ich hab das nicht verstanden. Raben abfackeln. Gut uns gesagt, sollen wir machen. War ein hilfreicher Tipp im Chat. Die Maus. Irgendwas ist anders. Vielleicht, vielleicht bei den Streams. Event-Hinweis. Ich hab jetzt mal was geändert. Mal gucken, was das dann besser ist. Ich hab jetzt mal was geändert. Mal gucken, was das dann besser ist. Ja. Ich hab das Gefühl, dass wir die Runde irgendwelche Leute in den Rücken kriegen werden. Nein. Raben. Ja doch. Aber warte mal, die Spinne haben wir ja schon fertig. Mhm. Ah okay. Ja. Deswegen. Weil wir laufen jetzt nämlich wieder. Ach da sind Raben. Ich dachte, da wär was zum Aufheben. Ich wollte da schon hinrennen. Nee, ich hab gestern gesagt Raben. Ja, jetzt hab ich nicht mitbekommen. Bei meiner Ohrmuschel gerade noch zu war. Eine Ohrmuschel. Na klar. Ey, das heißt Ohrmuschel. Ja, deine Ohrmuschel war zu. Ja. Ich hab mich noch. Nee, das ist sogar erstachlit. Dann geh ich sogar. Tschüss. Aber falls einer erstachlit, machen wir dir sonst Heilung. Oh, der kommt. Oh, das gilt. Kein Bedarf. Wir sind jetzt wegen euch. Na, ich die Klumpi an den Arsch habe. Dann schieß ich euch kaputt. Anstatt auf uns zu schießen, kannst du lieber auf Klumpi schießen. Nee, schieß auf Stachy. Hurra! Wir haben unten immer noch 0% Boxen. 0% Boxen. Nee, ich hab jetzt auch immer meine Boxen nicht mitgenommen. Ich hab auch noch nicht meine Boxen mitgenommen. Weil die auch. Und dann ist sie irgendwann weg. Und dann ist sie das, das ist gut. Aber die kann man bestimmt für das nächste Event noch nehmen. Also jetzt nicht. Meine Güte. Die Anwendung Google Drive. Ah. Meine Güte. Ich hab da drüben hab ich gerade jemanden gesehen. Weiß ich nicht. Irgendwie sind gerade hier Downloads. Und ich wurde gefragt, ob ich die Änderung Google Drive zu... Hier drüben. Draußen? Ja. Der steht draußen am Zaun rum. Da ist noch einer. Der rennt nach links. Ja. Der lauert. Oh, warum zu schießen? Könnt ihr mal markieren, wo irgendwie? Ja, da. Ah Gott. Na klar. Mhm. Ah ja. Ja klar. Du tust. Hinten? Da sind mehr. Oh. Hörst du? Tappen. Sehr gut. Riechen von denen hinteren oder volleren? Den beißen. Ich hab keine Ahnung. Sie sind da vorne oder hinten. Oh man angeflogen. Das ist jetzt ärgerlich. Der ist da. Fuck. Ich treff sie nicht. Helm ist heute nicht on point. Ja. Ich seh'n. Der ist links davon jetzt. Bei mir ist einer. Ich hab den noch auch getroffen. Was ist denn heute grade los? Fuck. Ach der mit seiner Wetterlieb. Hör mal. Was trifft der denn die ganze Zeit? Ist der denn irgendwie nicht so ganz gut. Ist der denn irgendwie nicht so ganz gut. Nein. Wann ist das noch am Leben? Weißt du redest von Aim. Kein Aim haben ne? Hast aber keine Ahnung wie viel Schott gefühlt. Ja aber ich weiss nicht. Was ich heute für nen Ping hab. Ich seh grad meinen Ping nicht. Aber ich glaub ich hab nen Ping von 40 oder so. Immer war ich drauf und so. Mhh. Cool nicht. Okay. Shane pistol suck nicht ohne Fanning. Ich hab da letztens auch 2 jetzt schon genug geholt. Warte ich voll gehabt. Ich geh einfach mal ne Zunge raus. So. Ich versuche mal Goti zu holen. Goti. Doch da oben keiner im Turm drin ist. Das ist dann dein Problem. Danke. Goti klingt irgendwie wie Goat. Wie Ziege. Danke. Oh Gott von wo kam der? Oben aus dem Turm. Was mein Problem ist. Ich seh. Aber das ist nicht nur der Tümchen. Ich seh. Ich Tümchen guck nicht mal. Da ist noch ein Pet. Witz. Was hat der denn sonst noch? Wasser gepusht, es war 2.10. Schön. Hast du? Ganz hinten ist noch einer. Halt die erstmal, da sind die große, die großen Dings. Sind wir noch im Turm? So wahrscheinlich. Ach du hast da. Schön. Kannst du, hol mal Mut, hol Gotax, ich hab den im Turm im Blick. Ja, da sind noch andere am Zaun, ich bin im Tor. Ja doch da ist noch irgendwo ein, ne ne ne, hinten kommt noch. Geh in Deckung. Aus dem Wasser kommt der. Der holt die gerade, der holt die gerade glaube ich. Ja ja. Da rechts, da rechts, da rechts, schön, da ist doch der andere noch. Ja. Ne, Sputze rein. Danke. Oh. Fuck, ich hab keine Heilung mehr, ich bin runter auf... Ach, da hat sie dazwischen die Baumritze gesehen. Mit ner Pistol von Survive. Ja, ich weiß. Ja klar. Ja, endlich. Du Arschkrampe. Das sind zwei weitere gestorben, ne? Ja, da ist einer drin. Der Turm ist tot. Wo ist der? 2.10 vor mir irgendwo. Dahinter ist noch einer. Hinter dem Holzding. Ich komm mal mit rum. Sehr gut. Da war noch irgendwo einer auf 2,270. Genau der. Fuck. Wo war der? Ja. Explosivschuss von rechts. Scheiße. Wenn die Hunde anhört. Na klar. Die Hunde werden den eher anvisieren. Wie? Der kann auf 2,270 oder nicht? Ne, andersrum. Aus der Richtung kommt das irgendwo. Ich werd das verarscht gerade. Geil. Ich hab keine Ahnung mehr. Geil. 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 Ja, ja. Oh, Heilung. Der hat in Springfield also. Oh, ich hab Heilung bekommen. Oh, ich hab Heilung bekommen. Oh, ich gar nicht. Cool. Da ist noch ein Hund. Ja, ja. Da kommt die Besucher. Ja, ich weiß. Komm, hab ich die Waffe getauscht. Links. Schade. Ich hab den nicht gesehen. Aber schön trotzdem. Das waren mindestens zwei Teams. Ja, da hat man einfach alle. Alter. Ich bin zufrieden mit dem, wie ich was gemacht hab. Ja, mit der Kott. Old Way. Da kommt oben. Eher mit diesem blöden Arsch-Turm. Aber wir hatten trotzdem noch vier Stück. Doch so wenig. Klar.